meine freunde von dieses wird hier sind die von star stream ja und eigentlich wollte ich ja mit der kampagne weitermachen von der viper aber das stelle ich mich gerade regelmäßig ein bisschen blöd an so dass ich mal eine runde was anderes machen muss und das ist in diesem fall einfliegen einfliegen ist super habe ich auch schon wieder viel zu lange nicht mehr gemacht und ja da habe ich bock drauf okay wir nehmen vier mit und auf der rechten einmal die 60 gegen luftverteidigung auf der rechten seite noch ein rocket port und wir machen hier wieder dann machen wir den hobel mal an machen wir die sich herum und autobremse oder inwärter an treppstoff und und 3 6 6 6 6 6 6 6 6 7 und sie auch schon 7 7 8 8 8 7 8 8 8 9 8 9 9 10 9 9 10 11 ja das ist jetzt anscheinend auch modelliert da war vorher nur so ein verschwamtes bilder mal zu sehen cool muss man richtung 125 reichen mission fliegen das ist doch ein kassmiss die distanz ist sind zwölf zwölf kilometer kurs enge müssen müssen 125 sein guter noch mal nach aus wir gehen auf rechts start da ist es rechts einkoppeln und wir haben hier diese die mission haben wir helsinki da müssen wir was tun so und der kurs ist 125 12 kilometer 125 das sieht gut aus drehzahl erhöhen einmal den strom an VIEW OFF FACE ROLLING WEAPONS FACE ROLLING WEAPONS FACE ROLLING WEAPONS FACE ROLLING WEAPONS Stabilisatoren, den stelle ich auf Power-on, auf Air, sodass 60 Missiles da gleich sehen kann. So, die Gun-Seite ist da. Okay, können wir los. Ach, schönes Wetter. Abendsonne. Ja, muss ich mal gucken, dass ich mich nicht mehr so auf die Brick anstelle mit der F-16. Okay. Wir können los. Okay, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ah ja, okay. Achso, da fehlt noch was. Und unser Ventilator. Okay. Vorne, weil er nun... Untertitelung des ZDF, 2020 Da war ich noch ein bisschen langsam Ich muss noch ein bisschen Speed holen von unten Trimmung ist drin So, und hier schießt es schon wieder irgendwas Die Lüftabwehr ist anscheinend on fire, oder was sehe ich hier? Dann stellen wir nochmal unseren Door-Gunner hier ein Machen wir mal Free Fire So, das klappt hier irgendwie nicht Ach, weil ich hier nicht angeschaltet hab deswegen Weapons ready Ah, nicht so gut Wir sind schon fast da, glaube ich Tja Das wird nicht funktionieren jetzt Aber okay Wir können ja schon mal gucken Aber irgendwas sind Observe on searching Locking for targets Triple A Target acquired Get me closer Out of range Tja Ray ist immer gut wenn sie weg ist Commander, ready to fire Launch Gute Facts und Target Aber ist noch nicht kaputt, glaube ich Searching for targets Target search Target search Target search Okay, war das jetzt hier unser Ziel? Wir müssen ein bisschen rechts davon eigentlich fangen Looking for targets Searching for targets Oh, das ist hier unser Ziel Ja, ja, ja Hier Target search Naja Hier müsste unser Ort sein Ja, da sind Sachen Da sind BMP Okay Gucken wir mal, ob das schon gezählt hat Jetzt hier Absolut Okay Ähm 10 Mischen Status 0% Konkret Okay Dann müssen wir dann erstmal mischen Ein paar Sachen kapitulieren Das ist unsere Knarre Ja Irgendwo da Irgendwo da Dann zieht er drin Absolut Bom Searching Jetzt wie hat er gerade gesehen Äh, UFV hat er gerade gesehen Und da Target quiet Out Mit seinem Baum hängen bleibt Mit seinem Baum hängen bleibt Wir können hier aber nur gucken, ob ich ihn von der anderen Seite angreife Und dann mit der Mit der 30mm rangehen Das ist natürlich immer ein bisschen gefährlich Das ist natürlich immer ein bisschen gefährlich Er hat er Er hat er Er hat er Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Komm her. Ja, zittre ich hier bin ich wieder. Da brennt. Ah, ist auch fast weg. Ah, ist auch fast weg. Der brennt auf. Ah, ist auch fast weg. Ah, ist auch fast weg. Ah, ist auch fast weg. Ah, vorne steht er. Okay. Ah, okay. Er ist weg. Das könnte jetzt die Mission schon gewesen sein. Okay. Ah. Ah. Okay. 84% jetzt suchen wir auch noch den letzten Typi da drin jetzt kippt wohl noch hier irgendwo ein irgendwas ist da noch drin Observe all searching Target acquired Ready to fire Mist Observe off Wasser hier irgendwo muss er stehen Ah ja, jetzt sehe ich den Eisblatt Ich könnte hier noch mal meinen Gunner auch mal loslegen Hier Wir posten Schuss Klar, anscheinend nicht Wo stand er denn? Vorne stand er laut Hä? Wie ist das blöd? Der stand doch hier vorne irgendwie Wo hat er sich bewegt? Wo hat er sich bewegt? Dann müssen meine Jungs für die, denen helfe ich hier ja 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 Ich verstehe schon, Sir. aber er ist doch schon weg ich bin immer noch was 84 prozent dann gucken wir noch mal 85 prozent 95 prozent 05 1 Das war auch einfach nur dumm. Also, da hätte ich weiter weg sein müssen. Jetzt müsste ich noch zwei haben. Also, würde ich doch keine weitere Emissionen mehr fliegen, sondern nur die hier, weil das dauert jetzt doch länger als ich darf. Ich stehe jetzt mal ein Stück geradeaus und ein bisschen andere Winkel gleich. Jetzt bleibt das Misse gleich wieder an dem Baum hängen oder so. Okay. Absorb all searching. Was ist denn da los? Absorb off. Wo ist dieser scheiß Typ denn das Enerba? Absorb on searching. Wie geht er nicht kaputt, habe ich das Gefühl? Absorb off. Kann doch ein Bug sein. Wo ist der andere? Das ist der E2 jetzt. Der ist anscheinend noch nicht kaputt. Aber es müsste noch mal stehen. Absorb aktiviert. Looking for targets. Ich bin jetzt in der hole. Heut mich, du bist schluss hier. Tag in sight. Ready to fire. Der ist noch nicht kaputt anscheinend. DCS, die sind direkt. So und gerade hat mein Tricksal auch noch etwas geschaffen. Observe off Observe off Observe all searching Searching for targets Target acquired Target search Observe off There is always a Observe off There is still a shot Observe 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 activated Looking for targets Target acquired We are out of missiles Missed Looking for targets Searching I think That is a bug That is a bug That is not a bug You get it Why not It is a bug A truck At 12 o'clock Where is a truck That was the AAA The I had to go What's the I did I think Is there No I think It's a bug Here The Is here We are out of missiles No Sir, off! Irgendwann müsste noch was rauchen. Aber es passiert einfach nicht. Unbefriedigend. Ich würde gerne mal sehen, wo dieser Truck ist. Deswegen stehe ich jetzt noch ein Stück weg und danach nach Hause. Mal gucken, ob ich den Truck mal finde. Wahnsinn. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Ja, da rast jetzt der Sucher aus, weil er denkt, die Sonne wäre in der EZQ11. Er sieht nur den BMP. Target acquired. Searching for targets. Tracking target. Locking for targets. Target inside. We are out of missiles. Ah, was soll ich denn bei der Truck aufmachen? Absorb off. Das ist aber gefährlich. Das ist aber gefährlich. Manöver ist aber nicht so. Nicht so weit. Ich muss wieder auf dem Truck. Wuppust du Schuss. Abgasal, Generator. Der unzerstörbare BMP. Oh, okay, ab nach Hause, das bringt hier nichts mehr. Oh, okay, ab nach Hause. Oh, okay, ab nach Hause. Okay, die Mauer kann man nicht wegschießen. Die Affen sind aus, sind gleich zu Hause. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. So, ich glaube, da startet ein Hubschrauber. So, ich glaube, das sieht nach einem Bleckschall aus. Hier dauernd. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. I'm so old. so so und drehen Wir haben es doch gerade noch nach Hause geschafft, weil jetzt habe ich mir nur den Rotor da zerlegt. Naja, bis zum nächsten Mal.